Ob Ausflüge zu Wasser oder Sightseeing in der Stadt, das 2010 erbaute Adina Apartment Hotel am berühmten Hamburger Michel ist nur einen Steinwurf entfernt. Inmitten der Wallhöfe in der Neustadt Hamburgs gelegen, erreichen Sie von hier aus viele Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen wie Musicals bequem zu Fuß. Die freundlichen Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie als Gast im Adina begrüßen zu dürfen. Warme Farbtöne und ausgewählte Dekorationselemente sorgen bereits in der Lobby für eine gemütliche Atmosphäre. In den 128 modern und großgestalteten Apartments eröffnet sich neben der hochwertigen Küchenzeile Raum für Ruhe und Entspannung. Das luxuriös eingerichtete Schlafzimmer mit großem Doppelbett sorgt für erholsame Nächte. Das Restaurant Alto empfängt Sie mit köstlichen Spezialitäten in entspannter, kosmopolitischer Atmosphäre. Ein Besuch an der Bar rundet das kulinarische Erlebnis ab. Im großzügigen Sport- und Wellnessbereich lassen sich Körper und Seele rundum verwöhnen. Kommen Sie und erleben Sie das Adina Flair!